Liebe Freunde von Lern das Liebling, heute gibt es eine Szene aus Lippels Traum und da fange ich auf der zweiten Seite an zu lesen, diese schöne Geschichte von Paul Marr. Vielleicht muss erst einmal die Sache mit Lippels Namen erklärt werden. Lippels Vater heißt mit Nachnamen Mattenheim, genau wie Lippels Mutter. Deswegen ist es unschwer zu erraten, dass auch Lippel mit Nachnamen Mattenheim hieß. Mit dem Vornamen ist es schwieriger. Eigentlich hatten ihm seine Eltern den Namen Philipp gegeben. Philipp. Kein schlechter Name und es waren ja seine Eltern gewesen, die sich diesen Namen ausgesucht hatten. Da war es eigentlich nicht recht einzusehen, warum sie nie Philipp zu ihm sagten, aber genauso verhielt es sich. Sie nannten ihn nämlich immer Lippel und hielten das für eine ganz normale Abkürzung von Philipp. Naja, so glaubte der Junge, sein Name sei Lippel, bis er sechs Jahre alt wurde. Mit sechs kam er in die Schule und dort erfuhr er zu seiner Überraschung, dass er, Lippel, nun der Schüler Philipp Mattenheim sein sollte. Später, als er dann schreiben konnte und die anderen aus seiner Klasse lesen gelernt hatten, kam eine neue Schwierigkeit dazu. Wenn er seinen Namen schrieb, dann lasen die anderen immer Pilip, weil sie noch nicht wussten, dass man ph wie ph ausspricht. Wenn zum Beispiel bei Herrn Göltenpott, dem Kunstlehrer, zu Beginn der Stunde die Zeichenblöcke ausgeteilt wurden, lief das so. Herr Göltenpott stürmte ins Klassenzimmer, ging sofort zum Schrank, holte einen Stapel Zeichenblöcke heraus, legte ihn auf die erste Bank ab. Dort saß Elvira, seine Lieblingsschülerin, und sagte, Elvira, bitte austeilen, setzte sich ans Lehrerpult und las die Zeitung. Elvira entzifferte mühsam den Namen, der auf dem obersten Block stand und rief, S, 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 A, A, S, A, B, 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 Sab, Pi, Sab, Pi, Sabine. Und Sabine kam nach vorn und holte ihren Block ab. Dann rief sie nämlich ab. R. 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 O. R. 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 B. R. B. Robert. Und Robert kam nach vorne und holte sich seinen Block ab. Dann vielleicht noch Andreas. Und auch Andreas kam nach vorne und holte seinen Block ab. Das ging immer so weiter, bis sie zu Lippels Block kam. Dann rief sie nämlich ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp eine Pause. Elvira rief noch mal. Philipp! Niemand kam nach vorne, um den Block abzuholen. Herr Göltenpott merkte, dass etwas Ungewöhnliches in der Klasse vorging, faltete seine Zeitung zusammen, nahm den Kaugummi aus dem Mund, steckte ihn in Silberpapier und den in die Jackentasche. Herr Göltenpott war nämlich nicht nur ein begeisterter Zeitungsleser, er war auch ein leidenschaftlicher Kaugummi-Kauer. Er kam immer nur kauend in die Klasse. Zu Beginn der Stunde nahm er den Kaugummi aus dem Mund, rollte ihn sorgfältig in Silberpapier ein. Am Schluss der Stunde wickelte er ihn wieder aus und steckte ihn in den Mund zurück. Die älteren Schüler behaupteten, Herr Kauer muss schon sein. Fünf Jahre an ein und demselben Kaugummi. Das stimmte nicht. Elvira hatte ihn gesehen, als er Kaugummis aus einem Automaten holte und das war noch nicht mal drei Wochen her. Jedenfalls hatte sie es so in der Klasse erzählt. Für Herrn Göltenpott fing eine Schulstunde nicht mit dem Klingeln an, sondern dann, wenn der letzte Zeichenblock ausgeteilt war. Deshalb musste er jetzt erst Zeitung und Kaugummi verstauen, bevor er sich der Frage widmen konnte, weshalb das Austeilen der Blöcke so plötzlich stockte. Lippel bekam von alledem nichts mit. Er kam gar nicht auf die Idee, dass er der Grund dieser plötzlichen Stockung sein könnte. Er wunderte sich nur, dass offensichtlich jemand das gleiche Bild hinten auf den Zeichenblock geklebt hatte, wie er, ein Tiger, der gerade ein Feuerwehrauto anfällt. Erst als Herr Göltenpott mit vorwurfsvoller Stimme sagte, Philipp Mattenheim, träumst du schon wieder? Willst du deinen Block nicht in Empfang nehmen? Wartest du ihn, dass man ihn dir bringt? Da schreckte Lippel hoch, rannte nach vorne und holte auch seinen Zeichenblock ab. Und so, so hörte Lippel schließlich auf drei Vornamen. Für seine Eltern, seine wenigen Freunde und seinen Onkel Achim hieß er Lippel. Die meisten aus seiner Klasse riefen ihn, Philipp. Und für einige wenige, die selbst in der vierten Klasse noch nicht begriffen hatten, dass man PH wie PH ausspricht, da war er immer noch der Pilip. Da er für sich selbst aber stets der Lippel blieb, soll er auch so genannt werden. Und das müssen wir dann im weiteren Buch weiterlesen und träumen Lippels Traum. Und das muss er auch so genannt werden. Und das ist die nächste Woche. Vielen Dank.